Nur an einem Vibrieren, was die Luft erschüttert, merkt man, dass er da ist. Klein und zart wie ein Insekt, aber mit einem tödlichen Stich. Eine, eine Granate, eine Granate hat unser Spieler mit der Nummer 21 vom Platz gefetzt. Aus gesundheitlichen Gründen möchte ich den Spielführer bitten, das Spielfeld räumen zu dürfen. Tagmeisterchen, was darf's denn sein? Ein kleines Omelette. Mit einem oder zwei Eiern? Mit 20. Nun darf ich dir mal ein Lied singen, ja Dicker? Wenn du glaubst, mich zum Singen zu bringen, bist du schief gewickelt. Und dieser Warzenentferner ist meine Visitenkarte. Und das ist meine. So wie ihr die Karten singt, das hat Klaus Kinski schon in Nobody gemacht. Und die fanden das damals schon veraltet. Ihr könnt doch nicht alle Kirchen am Hemd haben. Greift euch den Zaster und wir gehen. Greift euch den Zaster und wir gehen. Sie nannten ihn Mücke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020